Hallo allerseits! In diesem Video wird gezeigt, wie Windows 10 zurückgesetzt wird, wenn das System nicht startet. Manchmal werden Systemdateien aus verschiedenen Gründen beschädigt und das Betriebssystem funktioniert nicht mehr. Um es zurückzusetzen, müssen Sie eine Wiederherstellungsdiskette erstellen. Sie können dies im Voraus auf Ihrem Computer oder falls dies nicht mehr möglich ist, auf einem anderen PC zu tun, unter Berücksichtigung der Kapazität des Systems. Sie können auch den Installationsdatenträger oder das USB-Stick mit Windows 10 verwenden, sofern vorhanden. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnen mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Gerät. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Um eine Wiederherstellungsdiskette zu erstellen, rufen Sie die Systemsteuerung auf, suchen Sie den Eintrag Wiederherstellung und klicken Sie auf Wiederherstellungsdiskette erstellen. Im nächsten Fenster können Sie die Option Systemdateien auf der Wiederherstellungsdiskette sichern, markieren oder entfernen. Dies erfordert erheblich mehr Speicherplatz auf dem USB-Stick bis zu 8 GB. Aber es ist viel einfacher Windows 10 in den ursprünglichen Zustand zurückzusetzen, selbst wenn das integrierte Wiederherstellungs-Image beschädigt wurde und Sie eine Diskette mit fällenden Dateien einlegen müssen, da die erforderlichen Dateien vorhanden sind. Klicken Sie auf die Schaltfläche weiter und wählen Sie im nächsten Fenster das angeschlossene USB-Stick aus, auf dem die Wiederherstellungsdiskette wieder erstellt werden soll. Alle Daten daraus werden dabei geleistet. Klicken Sie auf Weiter und warten Sie, bis die Erstellung der Wiederherstellungsdiskette abgeschlossen ist. Sie können das USB-Stick auch zum Schreiben persönlicher Dateien und Dokumente verwenden, ohne die Daten auf der Wiederherstellungs-CD zu beeinflussen. Jetzt können Sie Ihr System zurücksetzen, auch wenn Windows 10 nicht startet. Schalten Sie dazu den Computer ein und rufen Sie BIOS oder UFI, die Delete Taste für die meisten Laptops auf und boten Sie vom USB-Stick, in meinem Fall ein EFI-USB-Device, drücken Sie Enter und warten Sie auf den Start von der Wiederherstellungsdiskette. Wählen Sie die Sprache Deutsch, Tastatur-Layout Deutsch, löschen. Klicken Sie auf Völlerüberhebung und versetzen Sie den Computer in den ursprünglichen Zustand. Im nächsten Fenster können Sie Ihre Dateien speichern oder löschen und die Programme werden in jedem Fall gelöscht. Wenn Sie zum Beispiel meine Dateien speichern und das Zielsystem ausgewählt haben, ist Windows 10. Nachdem Sie das Zielsystem ausgewählt haben, wird der Vorgang zum Zurücksetzen von Windows 10 gestartet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Daumen hoch. Alles Gute. Tschüss.